Heilung Ducken, Störmerneams Dämliche Mädchen Ah, reinzuhör mal Das spricht man doch nicht mit Mädchen Verschlossen Okay, wie kommen wir hier rein Vielleicht hier, wir sneaken Okay Geld einsammeln Sieht mit der Robotern aus Könnt ihr irgendwas Okay, die können wir nicht angreifen Die greifen uns auch nicht ein Na toll Riesten T Mit 10 machen wir am nächsten Position voll Damit er reicht Wir müssen eh hier hin Wir spielen natürlich für die deutsche Bewehrsung Mit zentierten Abkürzen Und den bautlosen Hitler Äh, Heilung Okay Okay Oh nein Die Felschen abschießen. Stufenaufstieg, okay. Macht euch gefasst, ich bin vorbereitet. Wir haben Übung, wo es 2 Wölfenschläger endet. Rüstung. Wissen auf die Gesundheit achten, aber die ist noch gut. Hier können wir nicht rein. Okay, können wir die Tür öffnen. Schraube ich vorher noch mal um. Okay, Münzen und Heidung, Heidung ist voll. Hier ist nicht lang. Noch mehr Münzen. Wir müssen halbwegs gut umgucken, finden wir hier noch Münzen. Münzen. Okay, was haben wir hier? Ach, Scheiße. Hier ist noch einer. Der Spaß geht weiter. Wir brauchen hier keine Heilung im Spiel. Wir haben es. Wir haben es auf. Wir müssen uns kümmern. Geld. Hier waren wir schon. Wir haben es auf der anderen Seite. Okay, wir müssen nur wo hin müssen. Wir sind gemeinsam. Hier bekommst du jede Menge Material für dein Buch. Ich weiß auch mal, ob wir da in den Kisten kriegen. Waffenverbesserungen. Auf Gott finden wir das alles. Waffen. Kugelbeeren. Okay. 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 Da schauen wir später nochmal rein. Schon mal was wir für die Münzen kaufen können. Wenn wir runter hier. Such mal den Winkler. Ich schaff das nicht allein. Pack mal mit an. Das scheint wichtig zu sein. beteiligtes Leben. Das ist ja viertart. Geteiltes Leben ist ein zubites Leben. Oder ein halbes Leben. wie man es nimmt. hurra. Schöne Aussicht. Es ist wohl Paris. Damit sie nicht richtig informiert wurde. okay kommandanten bündner namen schlagen ach nein was du nicht sagst und der gute alter ok Enigma-Putz haben wir nicht mehr na toll das war blöd General Winkler wird er der finale Boss sein den wir hier suchen oder in den Zonen fantastisch die Krüge zerschießen ich hab hier nur ein bisschen Spaß wir sind da jetzt voll oh Schwein das Nachland ist immer tödlich oh ja oh 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 guck nur her ja das ist mein Lieblings das ist noch was oh 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 Heilung also Heilung gibt es hier momentan noch genug in den Arsch geschossen ich bau mal ein Zonen ich bau mal eine Zonen so rein hier Powersprung, leerteste, leerteste? Ah, Endruppersprung sozusagen. Ich habe schon mal Mario gespielt, ja. Das wirst du wohl schon selber machen. Oh, Rezept der Zeichnung? Nein. Na klar, es wäre hilfreich gewesen, wenn sie ihn auch ausgeschaltet hätte. Waren nur die zwei oder kommen hier noch mehr? Beryl Messerwurf. Ungefähr so. Okay, da müssen wir links. Hier kamen wir her. Das sind Wurfwappen. Wurfwappen voll. Da müssen wir irgendwie hoch. Okay, hier hat es schon geschafft. Ach so, hier hat er besprungen. Hey Jess, was hat mir Papa jagen? Habt ihr da gesprochen? Das sage ich nicht, Zo. Warum gehst du nicht irgendwann selbst mit ihm jagen? Ich jage nur Nazis, Jeff. Keine Tiere. Münzen. Und Brustung. Okay, erst mal die Zonen, die wir in den Koffern haben. Kannst du mal Heilung machen? Nee, kannst du nicht. Doch kannst du. Das echt nütze nicht. Später, wenn es dir gefährlich wird. Momentan ist halt ein bisschen überpowered. Der Besprung ist ja auch was wert. Hier müssen wir hin. Oder nicht. Der beste Plan. Oh oh. Okay, da oben müssen wir hier einen Doktor tun, oder was? Genau. Dann schießen wir hier. Das ist doch ein Econstrum. Dann fern wir es. Dann fern wir es. Dann fern sie, dann mach mich. Und dann fern sie das. Dann fern sie. Ein eyrezel. Dann fern sie. Dann fern sie. Das ist das. ist so da oben ist noch ein noch eins für ok wie kommen wir noch eins für lass mich überleben ah ja so vielleicht ich habe mir den sprung nicht zugedroht ok ja tagebuch münzen münzen also ich herrscht ein bisschen im station an die münzen das einzige was mich ein bisschen stört ist wir haben kein schwierigkeitsoperator ausgewählt wir hatten nirgendwo wir haben mich nicht daran erinnere Optionen gehabt gesehen zu haben wo wir die schwierigkeitsauswahl hatten ob das noch kommt ich weiß nicht ich glaube es eher nicht und dieses pfp das macht immer es sendet mich immer an die drohnen wenn ich sage dass du das gewähr wechseln sollst taschenlappe ok die taschenlappe ok wir werden die taschenlappe brauchen siehst du da siehst du da ok kann er zu werfen gehen vielleicht sind da wertvolle informationen drauf ich komm mal rüber ich komm mal rüber ähm ich hab mich gehört geh mal rüber ich mach mal rüber ich hab mich gehört ok Nein, das ist ein Super-Soldat. Oh, Kacke. Und der erste Tod. Okay. Ich lebe noch. Sie braucht gerade Selbsthilfe. Ah, ich bin wiederbelebt. Okay. Braucht wohl Deckung. Ich weiß nur, dass Deckung hier nicht viel hilft, aber... Erster Down. Verdammt. Okay. Das ist eine geile Pistole. Okay, das sind alle. Das ist nur ein Casino, wie es ausschaut. Auch wenn sie mich da nicht sieht. Die hat super Power. Die können mich durch Wände sehen. Oha. Das ist ein verdammter Arena-Kampf. Esgo-Pogo. Du bedienst hier niemanden mehr. Okay, ich will mich hier mal umschauen. Ich habe mich getanzt. Auf dem Poker Tisch liegen die Geld rum. Okay, hier ein bisschen Rüstung. Du hast kein Geld. Ich habe hier Automaten gesehen. Siegelturm. Auch schön. Jetzt hier wieder ein Wolfenstein-Automat. Die wahrscheinlich nicht aber in der Basis vielleicht. Der Wolfenstein 3D zu rum. Ich gehe hier nur mal um. Gibt es zum Beispiel Münzen? Hübsch, hübsch. Das sind die Käfer, die Musik machen. Ich renne die mal außen lang. Ich wollte nicht gut. Ich habe es richtig ausgeschlagen. Ich habe es wirklich mit der Kanzel-Adventur. Ich habe es mir heute mit den Kanzel-Adventur. Ich werde es für Glouf gar nicht mit den Kanzel-Adventur verbringen. Ich werde mein Kanzel-Adventurkennen. Das ist für die Kanzel-Adventurkennen. Ich glaube, wir werden zuerst versuchen, wir nicht mit den Kanzel-Adventur. Das mache ich sogar mit einem Kanzel-Adventurkennen. Das machen wir sowieso. Das ist für einen Kanzel-Adventurkennen. Einmal aufmachen. Schwester, andere Seite. Habt ihr jetzt doch schon durchgeschlüpft. Idiosis, weiter gehts. Absolut bestens. Achtung Mädels, ich habe gerade eben erfahren, dass der General eine neue Sorte von Motorrüstungen testet. Seid also vorsichtig. Ja? Natürlich Abby. Das heißt wir kriegen hier Gegner mit Motorrüstungen. Das kann hier scheiße werden. Haben wir hier schon einen In-Boss-Kampf oder was? Machen wir jetzt auf. Und dann, ja, hier. Schlitten fahren. Ich weiß, das werden so gut geöffnet. Okay. Oh nun. Dann kommen wir da längst. Eine Idee. Okay. Schicken wir dem Regime eine Botschaft. Gehen wir gerade in den Arsch. Das machen wir gegen die. Erstmal Stärkewaffe aushusten. Euch kleine Vögelchen. Verspeise ich zum Abendessen. Das ändert gar nichts. Wir sehen ihn doch. Das ist gar nicht. Bist du unsichtbar, mein Freund? Ja, das glaube ich. Zieh doch deine Umrisse. Oder auch nichts. Ich habe keine Rüstung. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ich glaube, da oben bewegt er sich. In jedem Moment, wo er sich besiegt, bewegt oder schießt, ist er sichtbar. Oh, nein, außer der Abenteuerung. Ich habe keine Rüstung. Ich habe keine Rüstung. Ich habe keine Rüstung. Ich habe keine Rüstung. Ah, du kacke. Wiederbelebung. Mich hat's erwischt. Hilf mir, Sof! Ich bin getroffen, Schwester. Kannst du mir helfen? Nee, kann ich nicht. Verdammte Scheiße. Wir sind am Arsch. Beide getroffen. Beide getroffen. Beide am Arsch. Und tot. Heilung. Wie lange hält der Winkler noch aus? Das war ganz kritisch. Na, wo bist du? Zeig dich. Da bist du. Heilung. So, was ist verrundet. Wo ist sie? Wo ist sie? Heilung. So, komm. So, komm. Wir haben schon kaum gute Treffen gehabt. Gehst du heute? Okay. Hilf mir, Schwester. Heilung. Zurück und Kampf bereit. Jawohl. So, Teufel. Seid ihr so stark geworden? Tja. Schatzgegner, wie man sie sieht. Ihr Missgefunden habt ihr mich verdient. Futzimaker ist der auch. Ich quenche euch die Augen aus. Und esse euer Herzen. Ich komm mal hier nach oben. Ich komm mal hier nach oben. Okay, ne. Das war soft. Wo ist der? Tja. Ist auf irgendeine Idee. Ist er da drin? Ist er da drin? Okay, hier ist er scheinbar nicht mehr. Jetzt gehen wir da weg. Gessa. Oh, nur. Wo ist der denn? Ich hab das hier oder auch hier. Ich hab das hier oder auch hier. Ja, mein Haus. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist so! Das ist nun abgeschlossen. In die Turbinen rein. Die Turbinen rein.